Wenn du schon eine Ausbildung gemacht hast oder dir ein Fach ganz besonders Spaß gemacht hat in der Schule, du das Fach vertiefen willst, aber auch gern anderen vermitteln willst, dann bist du hier an der TUMEDU genau richtig. Mein Name ist Sarah, ich studiere Berufsschullehramt an der TUMEDU und meine Fachrichtung sind die Gesundheits- und Pflegewissenschaften. Für mich bietet der Studiengang die Möglichkeit, mein Wissen über Pflege und Gesundheit und auch meine Leidenschaft dafür, an die zukünftigen Fachkräfte in diesem Bereich weiterzugeben. Wir bieten an der TUM sechs berufliche Fachrichtungen an, die man mit 14 Unterrichtsfächern fast beliebig kombinieren kann. Gesundheits- und Pflegewissenschaften studiere ich an der TUMEDU School of Medicine and Health und hier an der TUMEDU in der Maasstraße bekommen wir dann die Methoden beigebracht, die wir brauchen, um unser Wissen auch gut an die Schüler vermitteln zu können. Dazu gehören Einblicke in die Psychologie, in die Pädagogik, in didaktisches Denken. Hier im DigiLab können wir an verschiedenen simulierten Arbeitsumgebungen mit den neuesten digitalen Technologien unserer Fachrichtung arbeiten, weil wir die a im Unterricht einsetzen werden und b um unsere Auszubildenden später auf die digitale Berufswelt vorbereiten zu können. Die TUMEDU ist eine international anerkannte Forschungseinrichtung. Bei unserer Ausbildung legen wir dabei Wert auf Evidenzbasierung, das heißt, dass die Studierenden auf dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand ausgebildet werden. Wir haben von Anfang an im Studium verschiedene Praxiseinsätze, das heißt, wir gehen an die Berufsschulen und können da unser Wissen praktisch in eigenen Unterrichtsversuchen umsetzen. Gerade im Bereich der Digitalisierung arbeiten wir außerdem eng mit unseren Unischulen zusammen. Das sind spezielle berufliche Schulen, mit denen wir eine besonders enge Theorie-Praxis-Kommunikation haben. Da bekommen wir auch mal ein Gefühl dafür, was heißt es eigentlich, vor einer Klasse zu stehen? Macht mir das Spaß? Liegt mir das wirklich? Das bedeutet, dass die Absolventinnen und Absolventen nicht nur in die beruflichen Schulen gehen können, sondern im Anschluss an das Studium auch in Bildungseinrichtungen oder in der Forschung tätig sein können. Wir haben es in der Berufs- und Arbeitswelt derzeit mit großen Umwälzungen zu tun, durch die Digitalisierung, durch den allgegenwärtigen Fachkräftemangel. Das Studium des beruflichen Lehramts an der TUM ist für diese Herausforderung hervorragend positioniert, weil sie zum einen ermöglicht, dass man die Fachwissenschaften auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung auf einem hohen Niveau studieren kann. Zum anderen sind wir an der TUM-EDU aufgrund unserer Forschung besonders gut positioniert, dieses Fachwissen aufzugreifen und in pädagogisches und technologisches Unterrichtswissen umzuwandeln. Wenn du dich für berufliche Bildung interessierst, wenn du wirklich Spaß in deinem Fach hast und auch daran es anderen Leuten zu vermitteln, dann bewirb dich bei der TUM-EDU.